Mein Name ist Günter Wehme, ich bin Geschäftsführer der Grundtermatik und Grundtermatik ist ein Unternehmen, das sich seit 50 Jahren auf Biomasseheizung spezialisiert hat. Wir zählen als Pionier der Branche, wir zählen aber auch als Tierqualitätsanbieter und auch der Innovationsmeister der Branche. Und wir waren bekannt für diese extrem hohe Qualität. Man hat also so kaum was gebraucht. Die Kesseln haben wirklich 20, 30, 40 Jahre gehalten und wir haben versucht, diesen Weg in die Moderne zu führen. Ich bin seit 20 Jahren in dem Betrieb und über die Jahre ist die Partnerschaft zu Vronis gewachsen. Die Systeme, die wir haben, sind die Vario Synergic 4000, die 3500, Trans Pocket und dann seit einem Jahr ist die Trans Steel dazugekommen. Hier sehen wir die Roboterstraße, hier wird jeder Herzkessel voll automatisiert geschweißt und die Handarbeit erfolgt hier in diesem Bereich. Hier werden die Kesseln geheftet und auch nachgeschweißt. An diesem Kessel haben wir die haupttechnische Schwarz-Weißverbindung, das heißt Edelstahl mit Schwarzbleck. Hier haben wir schwierige Eckverbindungen, die wir mit der Handschweißung nachfertigen müssen. Unser Challenge ist, wir haben verschiedene Materialstärken. Aufgrund der Blechstärken haben wir einen Sprühlichtbogen und einen Übergangslichtbogen. Damit haben wir schwierige Verhältnisse bei den verschiedenen Materialien und darum brauchen wir das Pultschweißen, damit wir die Nacharbeitskosten senken und weniger Nacharbeit haben. Das können wir mit der Trans Steel erledigen. Die Handhabung ist sehr einfach für uns aufgebaut und in wenigen Schritten können wir diese Maschine bedienen. Hier sehen wir den Rohrwärmetausschau. Das ist das Hauptteil vom Heizkessel. Die Rohrschweißröne, die müssen exakt sein, dass kein Grad übersteht und nach diesem Arbeitsschritt werden die Rohre nochmal einzeln geprüft. Damit können die Wirbelaturen bei der Heizung dann genau laufen und funktionieren und dann reinigen zum Schluss das Rohr. Frohnes ist ein Top-Unternehmen, liefert Top-Qualität, passt zu unserem Unternehmen österreichische Wurzeln. Das heißt, wir haben einen guten Vertrieb und einen guten Service. Das ist sehr wichtig und kurze Entscheidungen und Wege. Wir wechseln Partner fast nie und Frohnes zählt seit Anfang an als einer unserer Hauptpartner. Frohnes steht einfach für eine Qualität beim Schweißen, die wir brauchen, die wir haben und wenn Sie unsere Fertigungsprodukte anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Schweißen für uns sehr wichtig sind, weil sie nach wie vor dem Lebensstück des Produktes maßgeblich mitbestimmt und diese Partnerschaft gibt es also sehr lange. Die halten wir und zu denen stehen wir und da haben wir auch Freude damit. Natürlich haben wir auch beim nächsten Schritt, wo wir versucht haben CO2-neutral zu werden, unsere Firma auch in diesem Energiebereich nachhaltiger zu gestalten, versucht zu sehen, wer sind die Besten und da ist natürlich logischerweise das Augenblick wieder auf Frohnes gefallen und wir freuen uns, dass wir unsere 20.000 Quadratmeter Photovoltaikanlage heute mit Frohnes-Technik betreiben. Drei Malen Drei Malen Drei Malen Vielen Dank.